Ja, der Sonnenschein bringt die Gäste. Also sobald die Sonne rauskommt, füllt sich unser Lokal. Vor 222 Jahren oder 223 Jahren wurde die Forstlehranstalt gegründet seiner Zeit. War dann eben auch für Spaziergänger Erholungsort, bis dann die Stadt gesagt hat, gut, wir machen mal eine Ausschreibung und lassen Architekten mal ein Gebäude entwerfen, an dem man dann einen Ort der Erholung schaffen kann für die Kieler. Bei uns fühlen sich sowohl Familien mit Kindern als auch Hundebesitzer oder ältere Leute wohl. Es ist ein Ort, an dem die Menschen ihre Energie tanken können. Alle, die vom Alltag gestresst sind, kommen hierher, setzen sich in die Sonne, wenn sie da ist, oder in den Schatten und können sich hier erholen. Wir kochen mit Gas. Wir beziehen unser Gas über die Stadtwerke Kiel seit 1984, seit wir den Laden betreiben. Gas ist nach wie vor das Produkt für die Küche. Partnerschaft ist unglaublich wichtig in der Gastronomie. Es geht um Verlässlichkeit, das betrifft die Lieferanten, das sind teilweise langjährige Geschäftsbeziehungen, die wir hegen und pflegen. Das betrifft die Verlässlichkeit, dass die Ware dann auch, wenn wir sie brauchen, vor Ort ist. Wir sind als Forstbom-Schule eine feste Größe für Kiel. Uns gibt es seit 1905 und ich hoffe, es wird uns auch noch lange Zeit geben. Wir sind als Forstbom-Schule.